Oh, 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 Mike, 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 Mike. Oh, okay. Das ist definitiv, das wird jetzt wirklich auf der Coordown. Also Mike, ich verfolge dich jetzt dann einfach. Ich mache dir nur das, was du sagst. Ja, wir kommen auf jeden Fall zur nächsten Folge, zur nächsten Staffel wie Cicabaro 2. Cicabaro 2 ist jetzt nicht unbedingt so gut ausgelaufen, das aber trotzdem wo ich noch irgendwie zu kabaro eingeladen und jetzt versuche ich irgendwie zu überleben obwohl die fd tief dort verfolgt uns die andere mit dem luna klein verfolgt der hoberholz abbaut ja ja mach 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 so auf den nächsten mal hier hier ist das tut mir so leid machen oh mein gott du hast ein holzschwert ne mach bitte zwei hier bitteschön wo liegs wo liegs ach so da schnell schnell weg weg einfach weg einfach weg einfach du hast es tut mir so leid oder willst du das schwert haben da ist keine ahnung da waren zwei da waren nur zwei vielleicht können wir die klappen oder so komm bitte ich bin jetzt die pferde siehst du mich jetzt ja ich sehe die pferde aber ich sehe ich nicht planes planes pferde ach so darfst du bräuch ich wollte gerade das so da ich hab leider das ist gut das ist das ist das ist das ist immer schön auch je bei essen sammeln ja ich kann ich kann einfach nicht mehr sprinten schon wieder es versucht wird so etwas zu essen nimm von mir schweinefleisch hier oh mein gott wenn hier wirklich welche sind die sache ist wir hatten ja wir hatten zuerst eine gute aufnahme gehabt aber wegen eines technischen defekts mussten wir tatsächlich die aufnahme zu sagen was kannst du jetzt das ist die aufnahme halt abbrechen das und ich hatte die sache ist ich hatte entgegen aber für uns gemacht was natürlich richtig ziemlich belastet ist wir werden jetzt einsammeln und ich würde sagen dann jetzt auf stein und direkte werte ja ja weil ich sehe noch können ja gut es ist aber wirklich relativ schwer event ist wirklich ein bisschen erst mal mit uns ernähren aber einen charter haben jetzt auf jeden fall wenn jetzt keiner begegnet das ist ja ich weiß wo du bist in etwa ich bin noch mal ein schön kein siehst ich bin hier schwarzeichen 23 gegangen aber ich weiß wirklich nicht wo du bist man ich bin einfach bei den schönsten ich bin nicht weit reingegangen ich siehst du gar nicht sie sogar den nametag ich bin wirklich der größte lassen da bist du ja habe ich ja genau meinst du noch irgendwie ein ding oder so war dann ich mache schon schön bitte sagt es ist das keine kommt jetzt keine oder so also erstens würde es verbraucht wird es wirklich relativ schwierig da musst du wirklich so viel essen wie du kannst ja aber ich habe noch zweieinhalb hunger weil ich habe selber noch drei ich habe zwar noch hüte vielleicht aber nur ich möchte ich so gerne beraten aber ich könnte definitiv ein fehler sein wenn ich das jetzt mache so ich habe leider nur für mich jetzt erst mal tut es gemacht ja das ganz entspannt hast du dann nehme ich jetzt noch mal irgendwie ins der kreuzbrette umgerechnet hast du einen stick ein stick habe ich ja dann bevor wir dann runter gehen würde ich vielleicht noch ein essen machen also wirklich ein bisschen essen mitnehmen muss nicht unbedingt als so viel sein aber hauptsache dass wir ein bisschen überleben also gerade können wir nicht mal sprinten jetzt haben noch zwei junger köln ja gut das kann ich jetzt nicht vernichten da bist du wirklich ein mike jetzt kannst du einfach so gut getan vielleicht für dich ich sehe schon komme ich das jetzt erste da kriege ich hunger ja nein kriege ich tatsächlich nicht aber ich habe eins gegessen habe auch kein hunger bekommt jetzt siebenprozentige chance das ist sehr wichtig aber lass nicht zu weit reingehen weil kummer alle sind ja auch reingegangen auch ich würde sagen irgendwie hier ist so ein berg da können uns gut einbauen wir müssen nur noch 15 minuten alles klar habe ich einfach nicht eingesammelt ich weiß nicht was ich sagen soll also da ist jetzt auf jeden fall nicht viel los ich möchte südchen aber auch nicht guck mal hier ist weil hier ist ich habe halbe hunger können ok hier bist du ja hier haben wir rein die kamerein ich habe gerne noch hunger habe noch keinen hunger pack mal leicht da ist das ist tatsächlich noch die zusammen jetzt ein und dann gehen wir runter ja dann habe ich auch die pfeile und jetzt hier mich hier runter gehen das eine fall schon gestorben die erde alles klar ob zugemacht ich weiß nicht wie ich das jetzt so machen soll er ist jetzt gestorben so wegen voll gut leider haben wir jetzt eher weniger auch ob ich gut gehabt und keine ahnung wie ich so ich wieso ich jetzt gefühlt fuhlbreit an habe obwohl es verboten ist ja dann noch mal aus also ich kann hier ich kann meine luna options ergehen ich habe lightning ich habe es aus bevor mir irgendjemand etwas sagt sagt ich habe es wirklich aus ich kann noch mal options hier ja ok irgendwie war irgendwie war die beiden ist immer noch an hoffentlich werde ich jetzt nicht dafür gestrikt ja nur weil luna wirklich da da die sichtweite von sichtweite hat alles nicht umstellt was wird das ist ein bau schluss von txt angeht ich habe hier noch zwei russchen hier würde ich bin ich würde mal so sagen hier ja hier ist gut ist gut und lass auch holzkohle machen anstatt kohle jetzt zu suchen weil wir haben echt keine kohle ach gut kommt drauf an also ich kann jetzt auf jeden Fall mein holzschwert erst mal verrennen damit wir hier erst mal ein bisschen südchen haben ja ich mache auch mal mein holz ich weiß nicht ob das ein bisschen zu früh ist dass wir jetzt so runter gehen aber ja das ist schon richtig so man vielleicht wir haben also in den ersten folgen diamanten ich habe mir einmal ins höhnchen gehört mike das nächste kriegst du okay ist aber auch halb kaputt mike hier hat meine steinspitzhacke liegt hinter dir auch kannst du kannst du nicht irgendwie eine weitere spitzhacke machen ja kann ich machen alles gut ich mache gerade gefühlt alle 15 sekunden irgendwie f3 auch dann machen ein bisschen weniger ich höre ich höre eine höhle auf unsere höhe das ist gut und also ich habe das erste eisen okay komm dass ich wirklich ein bisschen weggestreckt werde nur weil der kleiner wissen irgendwie teilweise umgespannt hat aber vollbreit hast du jetzt aus oder habe ich aus kannst du das kannst du nicht abbauen wir haben aber da bret noch was gerade auch sehr wichtig dann komm mal bitte da komm mal bitte mit ja okay ich nehme den ofen mit ich wusste wir sind noch weiter runter ich bin gerade auf über 20 das ist echt nicht gut wir waren doch dass du auf so einem hohen berg und so deswegen ich habe das extra da sowohl an das programm kohle noch reisen vielleicht könnte dieser folge das könnte etwas eng werden könnte theoretisch schon nach einem oder so gefühlt werden auch mal die kohle ja ja das ist auch jetzt gut jetzt gut ist irgendwo rechts ich glaube wir haben die unser weg nicht zugegeben ich endlich zu gebaut von dir aus jetzt ja von also wo ich habe mein gott oh mein gott ja wir sind jetzt schon auf höhe 11 ich schreibe nichts rein sonst werden wir noch gebumst irgendwie jetzt sage ich einfach so auf wenn wir jetzt keiner glaubt wer zu diamanten kommt dann kommt es auf einmal wirklich so diamanten weil ich plötzlich mal hier den ofen mit ein bisschen kohle und tähnchen und so werkbank ja werkbank habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich ja mach mal hier auf und dann so wir müssen brauchen ich will jetzt ein bisschen auf die schnelligkeit gehen und sagen wir brauchen mehr öfen ja die kohle dann brauche ich mal weiter dann brauche ich gerade aus und du machst die links oder rechts ja noch mehr kohle ich habe das gefühl dass die laber dass die laber plus wasser irgendwie kommt jetzt andere richtung ist nein das war ja auch nicht hier ja dann lass mich das einfach gleich machen okay wir haben einen lack ja lief nicht die freiwillig das kann man wie sagen müssen wir dann die folge von morgen hochladen das ist die folge theoretisch am nächsten tag hochladen ich hab hier zwei zwei drei 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 vier 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 sechs fünf ey wie schnell also wir es ist unrealistisch teilweise oder vielleicht sind sie ja okay wir machen direkt eine diamant spitzhacke für den charter machen wir einen speed one ja 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 aber erst das ist die erste folge chill mal ein bisschen ja wo was sagt denn eigentlich das hütchen das ist das wird uns keiner glauben aber wir haben das ist halt reizufällig ich werde jetzt noch mal die stein spitzhacke so weiter benutzen hoffen ich werde jetzt noch mal die stein spitzhacke so weiter benutzen hoffen ja 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 das lassen wir bei ppx ja okay was geht jetzt was ist gerade los ich habe ein eisenschwert für dich schön 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 ich habe nicht mal mein steinschwert einmal geist aber ich glaube mike also für die zukunftsaufnahmen würde ich wirklich nicht auf dir schwert gehen schärfe sondern auf eisenschwert wie gommel damals noch du weißt ja er hat schärfe 4 oder schärfe 5 eisenschwert ist es zwar teilweise ist es war anfangs günstiger aber trotzdem irgendwann ist es einfach irgendwann also die haltbarkeit ist bei der diamanten ja also ich bist du hast mich gerade nicht erschrocken das wollte ich jetzt nicht aber ja ich habe wieder drei diamanten vier fünf jahre gegen mal erste folge für die ja sagen wir mal ja also das ist wirklich das ist sehr wichtig möchtest du dir nicht da ich spitzhacke machen ich habe jetzt ja wollte ich gerade machen okay sorry 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 ich habe ich habe elf diamanten was soll man damit machen chill mal ein bisschen damit oder weil ich finde schon dass ich mir jetzt immer was ich mir gemacht so oder so das hatte ich mir würde ich am ende machen so ist es wie ich weiß es scheint die komplette verschwendung aber ich meine diamantspilzacke ja mann ist gut ist gut wegen obsidian ja das erste folge so viel glück kamen schön aber wenn man wenn man die gänge hier abgefarmt haben dann müssen wir immer es zubauen du kennst es ja an so einem war auch ich habe mir jetzt ein bisschen eisen ich suche immer noch es wäre so geil wenn wir jetzt so begegnen und dann noch einmal sehen ob die höhle okay ich komme ich komme jetzt um meine chef mein chef und endermann meinschaft meinschaft das ist das ist das ist das ist das wir haben millionen kerne das ist gut du weißt ja wo ich bin dafür hat man es mitgenommen und zugemacht und so ich hab mein chef müssen jetzt name tag das mensch ich komme ja ja aber gut da das ist die stadt die chance noch mal in diamanten das für die lapis auch echt gut so können wir nicht ja oder aber sehr gold überall noch hier sag mal bin ich jetzt so etwas zu tief oder warum so ist sie eine wand was man hier bist du siehst du mich ernsthaft nein ich bin das ich bin das hallo werde das schluchte hier das eisen und dann wir werden alle gekickt ist und auch das ist ohne dass wir müssen gleich wenigstens geäußert werden und sein gerät vertreten noch mal gold große diamanten ich möchte schnell noch mal diamanten haben aber super erste folge super erste folge wir haben direkt wir haben direkt ich brauche ich brauche ein ich brauche ein ich brauche ein ich brauche ich brauche ja ich habe schon eingebaut ich nicht richtig junge war das ist eine geile aufnahme also die war da ist war auf wie far relativ gut aber nicht so gut wie jetzt die aufnahme die wir vor zwei tagen hatten also jungs schlaf zu kurz bis morgen ein und zwei tschüss ja 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 ja